Noch eine. Beide. Beide. Omega. Nice. Woohoohoo! Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Rainbow Six Siege rankt zusammen mit dem Rainbow Rang, dem Screwmai und dem sexy Batman. Hallo! Moin. Was ist mit mir? Oh, ich hab dich vergessen, sorry. Und dem Boronion natürlich. Und dem Boronion natürlich, der ist zweitrangig, deswegen hab ich ihn als letzter genannt. Po, Po, was geht? Herzlich willkommen hier mal wieder zu einem neuen Video. Cooles für im Start sein. So, Rainbow Six Siege rankt mit der Crew, sehr cool. Ähm, yep. Zocker in der Twitch. Auf Oregon unterwegs und hoffentlich wird das eine gute Runde. So, Round 1. Let's hope it will be a good round for our team. Wir sind direkt unten. Ja, wow. Weiß ich. Ach, direkt? Wow. Okay, 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 okay. Und, ja. Wir streamen und falls ihr das nächste Mal seht, dass wir streamen, dann schaut doch einfach vorbei. Würde uns sehr freuen. Auf jeden Fall. Ähm, merken, hier ist die Wildcam. Wildcam. Wo denn? Ach, fuck. Wo, wo ist hier? Wenn ich Fragen darf? Äh, direkt hier. Ja, in meiner Cam. Oh, tot. Direkt bei... Okay, wo war deine Drohne? Ja, links oben, links oben. Hier. Bei der Standardcam, wo die Hauptcam ist. Ah, okay. Ah, hier halt, ne? Ja, hier halt. Ja, hier halt. Ja, ja. Hm. Versteh schon, ja. Wo ich am Anfang da reingegangen bin. Ach so, ja. Wir wissen auch alle, wo du am Anfang reingegangen bist. Ja, das ist... Das muss man wissen. Oh, fuck. Ich schieße auch noch daneben. Wie peinlich. Ja, das ist echt peinlich. Mach's gut. Ja. Hallo, Ren-Borang. Moin. Hallo, Dudes. Ich geh mal zum Heartbreacher. Also zum sexy Batman. Äh, kann irgendwer den Drop-Off machen, eventuell? Geh bloß weg. Warum? Weil. 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 Dahinter. Wo sind die weg, ähm? Ahhhh. Weg. Er ist weg. Nice. Er ist weg. Ja, ja. Hab ich verstanden. Alle, gut. Ne, Kev. Die Kev müsste noch irgendwo oben sein. In, äh, Bedroom. Irgendwo. Ich suche gerade. Ach so, äh, Lockheft. Äh, ist, ist, äh, ist oben. Waffenlager, ne? Okay. Skuma, pass auf. Oben, oben rechts direkt in dem Raum drin ist Kev. Werfen Splittergranate! Äh, Hibana? Ah ne, du bist ziemlich weit weg. Penta eSports. Ja, Banet ist auch dort. Kev ist immer noch oben, na gut. Kann man hier, kann man jemanden Dropper aufmachen, bitte? Ja, das kann nur Hibana, I'm so sorry. Ja, wo macht's Hibana rum? Hm, ganz hinten. Ja, Hibana hat gerade Ella, 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 Arschloch. Ella, Ella. Ella, Ella. Ella, 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 Matteo. Ja, ich bin gerade am Schnellen. Hallo. Bitte. Geht das ruhig? Weil, äh, Jäger ist sehr long. Ich pass auf die Kev auf. Kann bitte jemand nach rechts gucken? Also dahin. Ja, mach ich. Ich pass auf, dass die Kev von oben nicht kommt. Wende da. Nice. Hier bitte. Ich glaub, die Kev kommt aber von da. Jäger, hier, Standard-Eck. Achtung, ich komm durch! Kommt jetzt, langsam rum. Achtung. Ich bin eigentlich selten, wenn ihr von hinten runter droppt von einem Versammlungsraum. So, nur mal einer rein. Ich versuch rumzuruziehen. Lol. Oh mein Gott. Oh, das war so ein Lack. Ja. Ich hab' wieder nichts abbekommen, aber passt schon. Ja, Team Kettel von den Gegnern. Ah, war die also doch noch da oben? Lol. Cool. Ich hab's aus dem Augenwinkel gesehen, weil ich dachte erst der Schoss kam von der Treppe. Also unter der Treppe. Ihr warst denn das Wortlos? Sie war auf ne Treppe, nur weiter oben. So, dann gehen wir mal waschkirche, oder? Äh, wo gehen wir hin? Oder Meeting Hall, ja. Wie ihr wollt, wie ihr wollt. Ich würd sogar sagen waschkirche. Hier unten. Mit waschkirche. Hier unten rein. Okay, da nichts zu machen, versteh' schon. Als Rotation Hall. Doch, die kommen wir zu mir drauf. Hier wo ich jetzt bin. Hier noch aufmachen. Ich hab so'n halbes Potato-Aim mal wieder, aber naja. Und soll ich's am besten tun? Soll ich's auffeuern? Ja, einfach da. Soll ich die hier zumachen? Die eine Bunter? Dass man hier draußen noch durchlaufen kann? Hast du die Operator mit echtem Geld gekauft? Nee, das hab ich nicht. Ich auch nicht. Mach den Dropper noch schnell zu. Es bleiben 10 Sekunden. Warte, ruhig von mir zu glauben. Ich krieg die Drohne. Mach hier nicht. So ne Aktion. Was bitte? Die Drohne der Gegner hat den... Ah, frag. Das darf ich da nicht hinmachen, sonst ist deine Kapkan-Falle unnötig. Ja. Ich mach hier hinten auch noch mal in den Korridor welche rein. Weil hier sind die Glaube wichtiger. Geh mal, Roman. Bisschen zu schwer da wichtig. Da aufmachen. Da aufmachen. Einer hat noch keinen Armor. Ja, das bin ich. Dann hol dir noch mal schnell welches. Mach ich. Ich bin auf jeden Fall oben. Rook, du kannst da weggehen. Ich hab Stairs. Okay. So, dann geh ich mir mal meinen Armor holen. Einer muss noch dahinter ans Mirror-Window. Ja, kann ich machen. Oh, dann mach du am besten. Dann bin ich so zwischen dem Raum. Ja. Haben? Cam Back. Ich check mal die Cams. Ich aim mal hier Stairs ab. Äh, IQ ist Watchtower. Einer, einer. Einer ist. Einer ist Stairs. Ja, genau. Da ist IQ. Hä? Was? Ist Sophia da? Hab IQ? Sophia, hab live. Nur noch einen Gegner durch. Loll. Loll. Läuft. Die Question ist, wo ist der? Nein, da. Da ist so viel. Oh man, mein Ace. Woher hast du eigentlich so viele Kills, man? Ja, weil ich grad fast eine Ace gemacht hab. Ja, woher denn? Leute. Ach man. Wieser weg, schnapp mal wieder nichts gemacht. Habe ich drei Stücke tötet. Ich hab nur ein Assist, woher auch immer. Ich hab auch nur ein Assist. Wie die geflogen ist, oder? Riker Finger ist da. Aber hallo. Aber hallo. Aber hallo. So, wo jetzt? Also ich spawner schon. Oder Illus eine Makrotaste. Die Speed Teaback-Taste. So, nehm ich mal Thatcher. Ich nehm ne Twitch. Ey, steht 2-0, das könnte echt ein bisschen locker sein. Ja, das könnte. Wollen wir weiter anstrengen? Wir hoffen, ich hoff's einfach mal. Ponyon, das darf man niemals im Ranked sagen. Okay. Doch, darf man schon. Nein, darf man nicht, weil's sonst passiert. Also wir werden 4-2 auf jeden Fall verkacken. Ja, die sind wieder unten. Ja. Die haben keine Mira und versteckt richtig falsch. Also ich kann von hinten kommen. Okay, dann komm mal von hinten. Ja, so magst du es am liebsten, gell? Komm mal von hinten und gib's ihnen richtig. Weißt du was, ich geh mit. Es ist einfach niemand On-Spot, auch schön. Sind wir doch. Da, da, da ist ein Rube On-Spot. Nein! Der ist auch ein bisschen retail. Ich hab mir schon mal, ich hab mir schon mal ein paar Estests gecleared. Ja, okay. Matteo, SexyBandman. Hinten aufmachen. Ich probier grad nur mal aus. Obwohl das ist im Ranked eigentlich die schlechtere Idee. Mit, äh, Operatoren was ausprobieren. Aber ich spiel mal IQ. Ach, was rede ich IQ? Äh, Twitch mit Mündungsprint. Kompensator, nicht Mündungsprint. Nein, bei mir ist Kev, bei mir ist Kev. Ja, Interrogation, Interrogation. Fuck. Ich bin am Arsch. Also ich kann ja nicht getroffen werden erstmal. Remorang, da ist Ela. Ja, ich weiß. Ey. Die kommt vor, die kommt vor. Fuck. Warte, ich komm. Hallo, Dude. Ah! Was bist du denn? Ah, die geht weg, die geht weg. Hau wieder, hau wieder. Nice. Was bist du denn für einer? Ach so, okay. Ja, dann. So, wo soll ich aufmachen? Oh mein Gott. Alter. Nice. Gehen wir rein, ProNir? Ey lol, die hat so ne, die hat so ne andere Amor Scheiß Cap. Doch, guck dir das mal an. Nice. Ich hab oben die Stairs. Nice. Cam ist weg. Ich hab ne kugelsichere Kamera deaktiviert. Nice. Der Drop ist sogar offen. Lol, von hinten, von hinten, von hinten. Nice Castle. Also bei dir jetzt. Nice Omega. Ah, perfekt Omega. Omega Carry. Ne, endere, endere. Ah, schade. Wie die mit der Shotgun. Wo ist der? Die, die ist links. Links im Raum. Da genau. Nice. Wuuuuhuuu. Nice, Alter. Drei Omega Carry. Alles. Ja, wenn sie rechtzeitig kommen. Und nicht dann, wenn's, wenn sie zwingend hätten erforderlich sein sollen. Wir können nicht wirklich was mit Spots sagen, weil die meisten, oder sagen wir mal, ich zum Beispiel kenne die Spots nicht auswendig. Ich kenne sie auch nicht auswendig, und? Da hinten links gleich da. Net Meeting Hall oben hin. Ich will auch nicht Meeting Hall. Okay, äh, Hauptsäle. Was wär? Ich glaub ich nehm jetzt mal da, äh, hier, die LR. Oh, ich hab da Kompensator drauf. Passt. Ein Bandit. Ein Bandit. Ein Bandit. Ein Banditos. Gut, Bronion hat Banditos. Und dann hoffen wir mal wirklich, dass das ein 4-0 wird. Kein Team-Kill-Ace. Die Bandit. Die Bandit. Die Bandit. Wollen wir hier ne Rotation Hall reintun? Alles mach ich schon selbst. Ich mach schon selbst. Okay gut. Junge rasiert halt komplett. Mame. 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 So. Zieh durch. Ich hab den Dildo verworfen. Mist. So, jetzt sitzt er richtig. Okay, erklärt alles. Ja, genau. Ich bändete hier auf jeden Fall. Das ist ganz klar, dass ich bändete. Äh, kannst du schon den Raum hier mal reinhocken, wenn jemand von Dings kommen will? Armory. Boah, die Wache ist so weh. Hey, alles weg. Jo, bei mir ist alles gut. In den Raum hier. Wenn du kurz zum Start bist. Ja, äh. Wegen dem Blau. Wegen dem Blau. Ich hab noch zwei. Ich hab noch zwei. Ich hab noch zwei Bandit-Ladungen. Wohin? Ich hab noch zwei Bandit-Ladungen. Wohin? Die Wände zu machen. Wohin noch meine beiden Bandit-Ladungen? Die beiden zu machen, alles klar. Ich mach zu. Okay, dann mach ich die beiden hier. Ja, dann mach ich die beiden hier. So. Ihr merkt es vielleicht, ich bin richtig im Schwitzer-Modus gerade. So gut. Aha. Ah, ne, ich will jetzt mal nicht spawnpeaken. Äh, was heißt, also nicht rauspeaken. LOL! Okay, die haben von unten aufgemacht. Hab zu mir. Direkt unter mir, please. What is that? Hier ist ein... Blackbeard. Ein Blackbeard. Ein Weiru. Oh mein Gott, Alter. Hä? What the f... Ach, Buck liegt auf... Buck liegt auf dem Dach vor Red Tower. Also von Big Tower. Also von Big Tower, sorry. Ja, no chance, Alter. Und hier am Fenster... Fuck! F. Das ist ein nicer Spot, muss ich mir mal merken. Wen? Eine. Ähm... Nein, nicht deinen, sondern den von Buck. Dach vor Red Tower. Land. Fuck. Schön. Nice. Very nice. Holt das jetzt hier. LOL! Handstanding. Nein! Oh Mann! Ja, Moin, Benny. Sehr cool, dass du bist. Und jetzt war's der Blackbeard. Wo war der denn jetzt? Wahrscheinlich am anderen Fenster hinter mir. Handstanding. Richtig! Richtig! Ja, da, 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 da! Hinter dir! Hinter dir! Na, hinter dir! Na, aufballen! Jetzt hinter dir, links! Der ist schon drin. Ist der injured? Nee, ich wollte grad sagen, Alter. Oh, nee! Schade! 4-0 kann man jetzt an die Wand hängen. Ja. Leider. Weil er es gesagt hat. Leider! Leider! Ja, genau, natürlich. Er hätt's nicht sagen dürfen. Er hätt's nicht sagen dürfen. Ja, du hast es doch gesagt. Nein, ich hab 4-0 gesagt. Ich auch. Ja, genau deswegen war's. Nein, der sexy Batman hat, äh, 3-1 gesagt. Nein, hat er nicht. Irgendwer hat 3-1 gesagt. Das ist eh in der Aufnahme drin, also... Dann, dann war's ich halt. Ja. Ah, Mann. Das muss er immer alles machen, ne? Ist der Fortnite-Nobby, muss ich rausgehen. Nein. So, hier jetzt soll ich das einstecken. Fürs noch mal den Knicks streiten. Ja, besser nicht streiten. Das wäre schon ganz gut. Wir machen aus denen jetzt einen Lammerschuh. Wieder unten. Newt, Newt. Check her. Newt, Newt. Weck! Nice. Frost. So, ich geh jetzt auch mal ins Haus rein. So, ich geh jetzt auch mal ins Haus rein. Der Bio-Gefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Nein. Oh, ich komm zu dir. Lass mich da durch. Ich hab' noch einen Teaser, Alter. Bitte, äh... Bitte wieder die Cam machen, wie letztes Mal. Äh, beim Entrance von... ...runter Team Andre, da ist äh... Also hinten bei Braustellen. Frostfaller. Ein Kumpel von mir möchte wissen, ob man mit in den Live-Chat darf. Also... Ich weiß nicht, ob du das Richtige meinst. Live-Chat ist das, worüber ihr gerade schreibt alle. Also wenn du das meinst, natürlich. Und wenn du Discord meinst... Kev Kamen wahrscheinlich auch nicht. Besser nicht. Ah, gut, ja, jetzt besser nicht. Weil wir gerade aufnehmen. Wenn jemand mal ganz kurz die Creme guckt, Gitten bei Big Tower. Äh, Frost. Ach, scheiße, die sind ja auch drin. Äh, ne, Discord besser nicht. Achtung, hier liegt ne Frost-Trap. Wie? Wie schnell kommt die da hin? Hinten Big Tower? Ich hab doch gesagt, einer soll bitte ganz kurz gucken nur. Ja, ich hab... Ja, ich hab da hinten reingeschaut. Ich guck kurz oben. Achtung. Ja, oben ist die Kev. Wird abgelenkt. Ich könnte eigentlich pushen. Ich lenke grad die Kev ab. Oh mein Gott, der ist... Ah! Der hat meine Drohne. Der ist unten, äh... Eingang von Lungy. Fuse, pass auf. Nice. Ja, genau da. Äh, Sledge, oben ist noch ne Kev. Oben? Ja, oben. Armory. Oder wie das heißt. Dann geht mal hoch ans Fenster. Hab sie. Nice. So, jetzt, äh... Hinten. Also Big Tower ist, äh... Good to know. Ich kann nicht fehlen. Das heißt, die wird, wenn er durch Meeting kommt. Mach mal bitte Meeting einfach die Troppe auf. Denk mal, dass es nicht verstärkt. Ich aim grad Meeting ab. Ich kann aber nicht sagen, ob da ne LR kommt. Warte mal. Das ist durchzieht gefordert. Alles klar, Lu. Ich geh da rein. Tschüss. Viel Spaß. Okay, weiter rein. Weiter rein. Weiter rein. Oh Gott, ich achte links ist die. Rechts, rechts, rechts. Sie stehen unten, weiter an der Dorf. Ach mann! Oh ne, Leute. Oh ne, sie ist gelöst. Oh ne, sie ist gelöst. Durch die... Oh Leute! Durch diese Scheißfalle von der Ella. Och komm. Wenn wir das verlieren, verfluche ich denjenigen, der das gesagt hat, mit dem 3-1. Okay, tschüss. Links von dir. Da geht doch eh jetzt erspielen. Äh, du kannst halt durchschießen. Warum steht die denn nicht? Weil da rechts auf der Seite war. Weil das nicht die Wand ist. Da sind nur in den Arm geschossen. Oh, 15 Sekunden übrig. 10 Sekunden übrig. Feindliche Aktivitäten... Feindliche Aktivitäten... Feindliche Aktivitäten... Mit Sicherung des Behälters fortfahren... Sobald die Bedrohung... Mit die Q. Bleib einfach, bleib. Feindliche Aktivitäten... Bedrohung neutralisieren. Geht rupf! Die andere ist Ella Boy. Mhm. Und wer ist der andere? Jut. Ah, stimmt. Den Bio-Gefahrgutbehälter sichern. Mit Sicherung des Behälters fortfahren... Sobald die Bedrohung neutralisiert ist... Oh ne... Oh ne... Oh ne... Oh ne... Oh ne... Oh ne... Keiner kommt weiter... Ich höre doch hier Steps, alter! Die sind direkt unter mir... Ich glaube nicht... Der kommt langsam vor... Hinter dir, hinter dir! Hinter dir! Nein! Es kann nicht sein, Alter! Oh, so'n Shit! Wo hast du denn die Steps bitte her gehört? Die hab ich gar nicht gehört! Die Steps! Die hab ich gar nicht gehört! Ich hab' sich deine Twitchcam gesehen! Ich hab' sich deine Twitchcam gesehen! Echt? Meine Twitchcam war echt noch? Loll! Die war da... So, wir müssen das jetzt gewinnen! Weil ich hab' keinen Bock auf Verlängerung! Ja, dann... Ja, dann los! Die Wände sofort machen... Wo... Wo grad eben waren! Ich kümmere mich um die eine beim... Wer ist denn das Arsenal rum? Ne, wer ist denn das? Du meinst, dass du lockerst? Ja, genau da! Waffenlagisch! Oh, Mann, Alter! So schade! Und ich wechsle mal wieder zu Kapkan! Wieso streamst du schon um 10 Uhr irgendwas? Und ich steh' um 11 Uhr... Äh, nee! 11 Uhr sind noch... Gut! Ich steh' um 13 Uhr auf! Ey, Junge! Ich steh' um halb zwölf auf! Gestern bin ich knapp um halb drei auf... gewacht oder so... Ne, das war vorvorgestern! Wenn ich schlafen kann, dann schlaf' ich! Ja, klar! Ich auch! Eigentlich! Das ist der Grund, warum die meisten mich eigentlich morgens nie im Stream sehen! Das ist auch mein Problem! Wenn... Weil ich kann in den Ferien nicht früh aufstehen! Das geht einfach nicht! Das sagt mein Gehirn... Nein! Ich finde keine Möglichkeit zum Schlafen! Dann schlaf' ich heut! Nur noch 10 Sekunden! Bitte dich, Sven, Achtung! Lade nach! So! Wir werden das halt immer noch nicht gemacht, Jumori! Ja, ja! Ich mach immer die! Wir schützen den Bio-Gefahrgut-Behälter um jeden Preis! Ich bin fertig! Einer hat noch keinen Armour und kann bitte einer hier verste... Ah, na, wovol... Hast du vielleicht... Ich kann baggern, hast du! Was denn? Wo, 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 wo? Ja! Die wird schon wieder... Liebe hab' ich, ja! Ich glaub von unten wird schon wieder aufgemacht gleich! Ach nee! Das ist so ekelhaft! Das ist so ekelhaft! Ja! Mach halt da eins! Warum hat Omega kein GTA? Weil das halt nicht hat... Keine Ahnung! Ist nicht gekauft! Und die Kohlespeicher aktuell, wie ihr bereit seid! Junge! Mann, ey! Ist am Fenster! Wartig! 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 Ist das Sofia, richtig? Richtig! Richtig! Da kommt ne... 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 Ah! Fuck it! Ich hab's ja nicht mehr wegbekommen! Die Bahnanladung! die sind glaube ich sogar auf dem dach ich bin da ist keiner am fan ja der ist wieder auf dem dach omega geweckt ist ein op-spot da könnte ich kriegen es halt auf dem dach nee warte da ist er noch nicht ersetzt links vom dach jetzt bräuchten wir einen red tower naja egal unten bei toilette raus und da kriegst du vielleicht zwei hat wenn ich sie sagt denkst du es gestern wird eigentlich kein amor noch mal so noch eine schön eines noch über das sind es da guck ich einmal weg ein kapital richtig ja der ist da im fenster schädel an der stadt links 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 durch die matratze durch links sexy sexy mixy hab ich doch hab ihn nice statt nach pokéball achtung pokéball flieg die pokéball sind sogar ganz gut aber ein injured aber ein injured nice noch einer beide 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 nice nice hu 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 sauber gemacht leute sauber gemacht nice omega carried hardcore alter mit screwmeyer auch natürlich danke 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 aber so habe ich dich ja noch nie carry'n gesehen ohne mist richtig krass vielen, vielen, vielen dank man hat nur einen topfaller bekommen danke man hängen wir noch eine runde dran? ähh dranhängen nicht mehr aber na gut wenn also wir wir machen auf jeden fall noch einen rank aber ja gut du machst es erst mal mit dem video na dann wenn es euch gefallen hat, darunter hier nach oben abonnieren nicht vergessen so siehts aus haust da rein machts gut bis zum nächsten mal ciao Outro